Herzlich Willkommen zurück zu Ratchet & Clank. Und zwar, ihr seht schon, ich habe jetzt noch 9 von den Raketen. Und zwar könnt ihr hier gleich zum Anfang erstmal die Kisten kaputt machen. Ne, es geht um den einen Gold Bulls, den es hier gibt. Ich glaube hier gab es nur einen. Gab es hier einen oder mehrere? Ich will gehen mal kurz gucken. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Jedenfalls an den einen erinnere ich mich noch. Wo ich euch sagte, man muss, ja ein einziger nur. Okay. Dann können wir wieder aussteigen. So und zwar stellt ihr euch hier hin schon. Hier vorne. Schießt eine gesteuerte Rakete ab. Ich habe es jetzt schon mal gemacht, weil ich habe jetzt auch ich habe da gesehen, von 20 Raketen hatte ich jetzt noch 9. Da braucht er nur hier durch den Tunnel. Und hier geradezu ist so ein Ding. Da steht so ein Ding genau geradezu. Das müsst ihr nur zerstören. So, die Raketen, die kaufen wir natürlich wieder nach. Nur falls wir sie mal brauchen. Ach ja, und dann gibt es hier einen Skillpunkt, wenn ihr... Ich weiß jetzt nicht, ob der Riga das... Das könnte man eigentlich jetzt mit denen auch machen. Da müsst ihr alle... Alle kleinen Schiffe hier zerstören. Diese hier. Nein, hoch, 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 hoch. Habe ich jetzt Bede erwischt? Jawohl. So, dann haben wir... Da drüben noch eins. Hm, ich bin echt eigentlich besser geworden mit dem Steuern von den Raketen. Vielleicht können wir ja zum Schluss doch noch den einen Goldbolt holen. So, das machen wir auch gleich kaputt. Da hinten stehen noch welche. Das machen wir auch gleich. Man könnte übrigens jetzt von hier aus mit den gesteuerten Raketen ziemlich sehr viele Gegner schon platt machen, wie die Flugzeuge da noch. Irgendwo war noch eins. Das muss ich mal überlegen. Ich fliege mal da kurz. Nein. Da kurz rüber. Das weiß ich nämlich nicht genau. Ah, da stand Quark. Habt ihr gesehen? Naja, wir können uns ja neue Raketen kaufen. Ich muss bloß gucken, wo das jetzt hier noch... Entschuldigung. Mein Fehler. Weiß jetzt nicht mehr genau. Wo das eine Flugzeug noch stand. Stimmt irgendwo hier zwischen gepopelt. Ich werde dich finden. Warst du hier unten drin? Ach nee, da war unser... Genau. Muss doch hier irgendwo sein. Ist jetzt nicht so schlimm. Das werden wir schon finden. Den größten Teil von den Dingern haben wir ja jetzt schon erledigt. Nehmen wir mal sicherheitshalber mit. Nein, ich wollte nicht mehr. Nein, was mache ich denn? So, weil der mir auf den Sack ging. Ich wollte jetzt zu denen. Genau. Und zwar können wir hier runter. Ich glaube, hier gab es nichts mehr, oder? Ah ja, doch. Die eine Visobombe haben wir jetzt auch wieder zurück. So. Was wollte ich jetzt sagen? Haben wir doch jetzt zerstört. Habe ich jetzt nämlich nicht gehört durch den Krach. Aber naja. Gehen wir mal weiter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob das jetzt hier schon der letzte Planet war. Da bin ich jetzt ein bisschen... Na ja, wir haben das Tor zerstört. Schön alle Bulls einsammeln. Ne, ich glaube, das war noch nicht der letzte Planet. Ich glaube, da kommen noch welche, weil wir haben wir mit dem Bolt jetzt hier, den Gold-Bult jetzt holen. Dann haben wir nämlich... Was ist mit dem da? Wird ja nicht anvisiert. Okay. Die muss man dann wohl anders aus seiner Kabine ausboxen. Ah ja, 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 ja. Er kann aber nur so begrenzt. Hallo. Du wirst hier nicht rumschießen. Die konnte man nicht kaputt machen. So, wie ging es denn jetzt hier weiter? Moment. Muss ich hier wieder irgendeinen Turm kaputt machen. Damit die Tür da aufgeht. Da oben das grüne Ding. Ah, nee. Wir brauchen doch nochmal den... Okay. Dann gehst du nochmal weg. Ich dachte, den hätten wir nicht mehr... Bräuchten wir nicht mehr. Weil ich hasse ja die Dinger hier. So, das ist so ein 2er. Okay, dann können wir den... Ähm... Nein. Nehmen wir lieber den hier. So, das ist auch schon richtig. So, der wird jetzt auf uns schießen. Keiner ruhig. Wir sind aber hier oben. So, jetzt kriegt er was... Nachladen willst du? Das gibt es aber nicht hier. Kam ich denn nicht irgendwie da drüben noch hoch? Moment. Und immer schön Ausschau halten nach diesen Flugzeugen. Aber irgendwo, ich glaube, irgendwo in einem... Äh, Tanger... Äh, so ein... Irgendwo drinnen irgendwo stand, glaube ich, noch einer. Da unten müssen wir wieder ein Schloss knacken. Kein Problem. Solange sie leicht sind. Ah, jetzt fehlt der da. Ach so. So vielleicht. Und dann... Ne, ne, ne. Moment mal. Den da hin. Den da hin. Ah, ne, dann geht das nicht. Den da hin. Ah, vielleicht die so. Ähm... Den lassen wir mal so. Und so. So. Alter. Gemeine Sau. Da hast du... Und du verdienst. Aber ich glaube, wir hätten, äh... Hier unten, hätten wir lang können. Geh mal gleich. Wenn ich mir das Leben hier geholt habe. So. Jetzt gehen wir hier auch hier unten hin. Ah, ja, 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 ja. Das macht so einen Spaß, Leute. Aber ich glaube, die meisten kennen das ja eh schon. Das Spiel. Und seitdem wir den Rieger oder Rieger, ja, Rieger haben. Macht's natürlich noch viel mehr Spaß. Weil's schön leicht ist. Man muss sich nicht mehr so anstrengen. Jetzt überlege ich gerade irgendwo. Aber hier war das, glaube ich, nicht mit dem. Ne, da oben war das, glaube ich, nicht. Ne. Wieso schießt der? Ist der doof? So, nicht hier. Irgendwo waren mit Giftfässern. Da musste man aufpassen, weil, äh, da konnte man an der Seite noch hoch. Aber das war, glaube ich, so ein, äh, schmaler Gang. Das war, glaube ich, nicht hier. Nehmen wir natürlich alles mit. Da müssen wir noch mal kein Schloss knacken. Lassen keine Schraube liegen. Ach, zwei. Okay. Und hier war das auch noch nicht. Ne, ne. Das wüsste ich. Okay, die, äh... Ich dachte jetzt, dass die auch automatisch auf die grünen Dinger da... Aber wie geil das hier aussieht, mitten im Weltraum. Und die Asteroiden hier, diese riesen Klumpen, die bewegen sich gar nicht. Da hinten, ich meine, ein bisschen unlogisch, dass Planeten so nah aneinander sind. Ach so, das ist hier, äh, das ist hier mitten in einem Asteroidengürtel. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, dann ist klar, dass, äh, dass sich die fürs Auge nicht bewegen. Das wollte ich gar nicht. Das ist doch die scheiß Giftinger. Na, da gehen wir gleich rein. Hier hinten steht auch noch jede Menge. Na, alles mitnehmen. So, hier hinten war auch nichts mehr, ne. Ich glaube, da fehlt bloß noch einsam Flugzeug. Das war aber jetzt nicht da hinten, oder so. Ich glaube, jetzt kommen wir erst in der obersten Ebene. Ah, ja, ja. Giftsuppe. Boah, das war jetzt knapp. Da musste ich also warten, bis die Brühe runter geht. Ja, und hier kommt jetzt gleich, glaube ich, auch der Gold-Bult. So, und zwar genau da. Aber wir schaffen es jetzt. Nein. Hoch hier. Boah. Erstmal hier hin. Kann man ein Leben tanken. Aber da kann man doch nur von der Stelle aus hin. Ach, mit dem Düsenpack. Entschuldigung. Da brauchen wir den. Wupp. Da müssen wir dann so rüber, genau. Und da wir das hier abgeschossen hatten, von draußen, kriegen wir jetzt auch den Gold-Bult. So, sonst war hier nichts. Man könnte euch jetzt hier auch das Jetpack behalten. macht sich, glaube ich, auch besser. Macht sich, glaube ich, auch besser. Ich fliege mal gleich darüber, dass Ding wieder runter geht, die Brühe. So. Äh, Feinde. Wir wollen ja nicht, dass die uns hier stören. Oh, 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 oh. Das geht wieder mit Magnetschumen. Das liebe ich ja auch. Ungemein. Wie weit kommt das hoch? Ach, nur da, okay. Nur hier. Schnell, 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 schnell. Das war knapp. Kleiner Mistkerl. So. Ich glaube, das konnte man nehmen. Um. Ah ja, man muss da rüber. Nein. Ah ja, so geht es auch. Gut, haben wir ein Leben verloren. Aber da ein der Hintern brannte. Moment, konnte man hier. Ah, da ist aber nichts. So, dann geht es weiter. Wir holen die einen doch direkt schon hier am Eingang. So, hier geht es zwar hoch, aber ich wollte mal gucken, ob es da, da ging nämlich auch noch eine Treppe hoch. Ah ja, Laser. Wo wir natürlich nicht durchkommen. Alles klar. Okay, dann müssen wir da. Oh, und hier können wir Munition auffüllen. Machen wir eben mal. So, dann ist die wieder voll. Und dann sage ich hier an der Stelle mal, äh, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Rätschen und Längen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielen Dank fürs Zuschauen.